Ich bin Andreas, heute sind wir wieder in der Landschaft hier und wir sind oberhalb von Schwanberg und guckt mal euch oben hier da. . . . Ich kann mich nicht mehr, aber ich fühle mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr ausprobieren. Der Vespa ist ein Schoch, warte mal, in Biene war das... Scheiße!